Hans, guten Morgen! Wer ist denn Hans? Chef vom Haus. Wo die Fahrräder stehen, kommen wir nicht ran. Wie günstig. Ah, jetzt sollten überall Fahrräder stehen. Meine steht ja bis zur Andréa. Luki. Jans, Jans, dufte. Eigentlich sollten überall Fahrräder stehen, dann kommt man da nicht ran. Wunderbar, sprühen sie auch, nicht? Das ist richtig gut. Gott sei Dank hier nicht aufs Schild, ey. Wieso? Die Tür alles angesprüht. Ich krieg hier alles ab. Das ist ja alles schnell. Das wasch ich nachher alles runter hier. Du bist zu dem Haus hier? Ja, ja, unser Haus wasch ich ab. So. Ganz toll. Guten Morgen. Kleiner guten Morgen, wo ist nach Österreich? So ist das Tier halt morgens in Berlin. Könnte kotzen, ey. Ja. Doch. Macht man nicht. Doch. Nee, das kann nicht sein. Das Rummi, Spray und vor allem so. Nur um zu zerstören, das zerstören, deswegen. Da könnt ihr kotzen. Ja, was denn? Ähm, weißt du? Ich glaub, ich werd meinen Schulrahmen zu verbessern. Äh, wieso? Na, hab ich doch frei und dann muss ich meinen Schulrahmen zu nehmen. Übermorgen. Dann ist schon Samstag. Na, aber wenn du jetzt noch weißt, willst du das nachher auch noch. Na gut, wie gesagt, das war erst mal aus Berlin. Das sind die Kutz-Neuigkeiten aus Berlin. Herzlich Willkommen. Ich bin da.